Du hast es geschafft. Wir sind gar kein schlechtes Team. Ich bin stärker. Ich bin schlauer. Ich sehe besser aus. Und es ist hinter der Tresortür. Lassen wir nicht warten. Und ich habe den größeren Schwanz. Was ist los? Sie wissen, dass wir kommen. Genau wie Cat gedacht hat. Also, was sollten wir doch gleich tun? Wir starten die Notfallgeneratoren im Nimbus, um das System zu überlasten. Dann stehe ich die Krankenverschlüsselungsalgorithmen. Das ist es. Aber, ähm... Kannst du den ersten Teil wiederholen? Gut. Du musst die Generatoren anwerfen. Vier Stück, richtig? Ja, genau. Ein in jedem Tunnel. An die Arbeit. Ja, glaube ich. Den größeren Schwanz. Und ich darf jetzt mal wieder die ganze Scheißarbeit machen. Äh... Kann der Typ eigentlich irgendwas? Ein kleines bisschen irgendwie. Außer ein paar Tasten drücken. Oh, du müsstest ja nicht früher kommen, bevor ich das Ding anschmeiße. Nur was du nebenbei erwähnt. Oh, der lebt ja noch. Okay, jetzt nicht mehr. Let's go! Ui! Einmal dieses Fliegen. Und Gegner. Und Gegner. 600 erst? 600 Gegner erst? Gott, wie soll ich denn hier auf die 1000 kommen? Ich hab doch fast... Au! Ich hab doch fast alle Gegner... ...gemacht. Dass er in den Tunnel... ...dur es zum Sukubus ging. Wo, 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 wo. Hexe. Wow! Mit dem Arbeiter! So, die haben wir schon mal auf die Seite gelegt. Komm her! Boom! Okay, ein Generator läuft. Einer von vier. Jetzt verbinde die Stromleitungen mit dem jeweiligen Server. Das mach ich zum Schluss. Wenn ich mal hier auf die Dinger komme. Himmel, Herrgott. So, oh. Angeh... Falsche Waffen. Thief. Thief her. Warte mal. Das Deutsch heute. Seele! Äh. Äh. Falsche Richtung. Schön gleiten. Geht doch. Wow. Wäre ich beinahe wieder runtergefliegt. So, dann starten wir mal. Generator number zwei. Nö, ich mach weiter. Du hast mir gar nichts zu sagen. Oh. Nö, wollt's grad sagen Savage, ne? Aber hier ist sadistisch eine Tagesordnung. Don't lieb' ich beinahe wieder runtergefliegt. Don't lieb' ich beinahe wieder runtergefliegt. Brutsplatter! Ne, Blutsbrüder. Nicht Brutsbrüder. Brüstebrüder. Haha. Wer ist mein Brüstebruder? Was? Okay. Okay. Das Spiel versaut dein. Schwänze, Brüste, schwangere Dämonen. Mit Ickelbibis. Fette Babys. Hässliche Babys. Das ist ein Babysimulator. Toll, da kannst du dich nach oben zielen, ne? Muss ich wieder mit meinem langen Gerät dran. Super. So, der Mond ist an. Och, nur ihr zwei. Hier, mach Eigenbeschuss. BAM! Boah, schon wieder Eigenbeschuss. Du kümmerst dich mal um dich. So, jetzt bist du dran. Falsche Waffe. Jetzt kommt noch so einer. Savage. Ich wüsste eigentlich nur noch S am Ende haben. So wie eine Savage und Sadistics ich hier mache. Boah, eigentlich ein Schlag mit dem Arbeiter und die Kugel müsste im Arsch sein. Boom. Komm, explodier. Falscher Knopf. Ups. Boom. Weg, weg, weg. Mach das. Soll ich die Leitung verbinden? Kannst du machen. Oder du rufst die anderen Generatoren an. Das überläuft sich dir an. Ja, ich mache erst die anderen an und dann spiele ich Puzzle. Ist einfacher. Toll, und meine Nachbarn über mir machen dicke, fette Party. Läuft bei denen. Mann, die Musik im Spiel ist geiler. Samstagabend und die haben nichts Besseres zu tun. Okay, Samstagabend und ich habe nichts Besseres zu tun. Obwohl, es ist was Besseres. Ich mache Videos für euch. Macht ihr Spaß. Und ich hoffe, ihr habt auch noch Spaß daran. Irgendwie, irgendwie, irgendwie zu sehen, wie ich Dämonen verklopfe. Na, 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 na. Äh, ich hab's kommen sehen. Ich darf da auch. Noch was? Jep. Oh. Da fliegt auch was. Okay. Okay. Das Fliegeding war aber dumm. So. Ganz viele Punkte. Damit ich mich nachher wieder shoppen kann. So. Generator Nummer 3. Das holen wir uns auch noch. Gegnerwelle Nummer 3. Mit so einem Riesen. Aha. Voll daneben. Ja. Komm, renn den um. Haha. Doofes Baby. Nice. Sauer. Ja, komm. Hier. Hier lang. Alter. Nicht auf mich. Hörst dich aber nicht an ihm, Baby. Hast dich schon ein paar Koks und Noten reingezogen, wa? Was mach ich denn hier für ein Driss? Hier bin ich. Komm, 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 put, put, put. Ha. Was ist denn der Kopp nicht eingeschlafen? Gebrochen sein. Oh, wie süß ihr. Ja, komm, Mami und Papi, ich bin schon gleich auch wieder. Na, was hab ich gesagt? Und Papi kommt gleich auch. Ey. So, gehen wir nach oben. Wow. Haha. Stolz im Getreff. Oh. das ist doch eindeutig die Katze und kein das ist auch eine Katze ja, habe ich schon eben gesagt, du brauchst mich nicht wiederholen kein Kommentar nein, kein Kommentar so, Server numero 4 schmeiß an die Glotze Kiste Söther Das ging schnell. Moment, die Seele. Ey, die Seele hole ich mir. Aber auch noch. Ui. Jetzt ist es mal Round 4 vom Gegner. Und das ist das nächste. Run. Das ist doch. Na steig doch mal hooooch! Oh Gott, zwei von denen! Ey das, ne das ist unkühlig. Machen wir es halt so. Au! Ich lasse mal den Arbeiter zu spüren, den einzig wahren Steuerzahler. Easy peasy. Was du nicht sagst. Ja. Alle vier verbinden. Hab's verstanden. Wo hast du gelernt, wie man das macht? Was? Den Computerkram. Hacken? Das hab ich mir selbst beigebracht, als ich ein Kind war. Ich schätze, es hat ein Gefühl, dass es ein Teil ist. Kontrolle? Die hatten wir wohl alle, nicht was? Nein. Das ist nicht, als ob etwas fehlt. Etwas von mir versteckt. Ich auch. Es ist dieses stechende Gefühl im Inneren. Ich schätze, ich habe diese aufgestaubene Energie für second verwendet. Und du? Was hast du damit gemacht? Hab Dämonen getötet und rumgefögelt. Aber der Computerkram klingt auch in Ordnung. Okay. Die Richtung. Du gehörst dahin. So. Du gehörst. So. Nur noch zwei. Du gehörst. Einmal komplett rum. Noch einer. Ja. Oh. Fehler mit dem. Äh. Moment. Ab dahin. Super Idee. Einmal das. Und dann ganz einfach. Das. Das. Und jetzt. wieder zurückdrehen. Okay. Bereit. Du weißt, was du tun musst. Du lockst ihn heraus. Ich schließe das Höllentor mit dem Yamato. Dann erledigen wir ihn. Eine Idee, wie ich ihn anlocken soll? Wir haben sein Kind getötet. Mach ihn wütend. Verstanden. Aber. Versuch nicht ihn zu töten. Er ist unbesiegbar, bis ich das Höllentor schließe. Okay. Es wird ernst, Dante. Wir müssen einander voll und ganz vertrauen. Absolut. Und ohne zu zögern. Wir sind schließlich Brüder. Ich gehe. Ich gehe. Und ohne zu zweifelンド. Irgendwarte. Ich gehe. Ich gehe, eine Höllentor. Weird. Und wie eine Ableibine. Ich gehe. Ich gehe. I can't let you do this, Virgil. I can't let you stop me, brother. Love is with your brother, I'll change my way.